2, 1, meins Sehr schön Schau mal, Erstkontakt für uns Das ist gut Hä? Ja, ja Schön Oh, hä? Okay Ah Oh, okay Okay, die machen das wohl unter sich aus Dann bleib ich erstmal hinten Oder ich mach das so Na, oh, okay, ist egal Ja, von mir aus Was? Nein Der ist down gegangen Oh nein, oh nein, oh nein Oh Wamps Komm, 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 komm Push mir ab, Bro Komm Nach vorne Yes Ah, sehr schön Komm Ab in die Mitte Und reingeflexert Komm Sehr gut Nein Ich dachte Ich krieg den Ball Balli, balli, balli Scheiße Fuck Ach ja Ich hab nur immer Keinen tollen Thor-Skin Warum auch immer Wurde mir nicht gegönnt Und ich hab noch keinen Bock Den Rocket League Passiv zu kaufen Äh Why Was? Scheiße, los Verteidigung Yes Nein Rein damit Bämst Ja Scheiße Oh je Das kann ja noch Heuter werden 3, 2, 1 Mainz Bämst Jungs Wo seid ihr Hä Sind wir nur noch zu zweit Oder was Darum kann ich mich jetzt nicht kümmern So Ne, wir sind zu dritt Okay Boah Hab schon wieder Schiss gehabt Na komm Nix Nix Ich sagte Nix Boah Das war knapp Komm 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 Ah Sehr gut Wirklich sehr schön Yes Komm schon Ah Hätte ich da den Boost gehabt Bäm, 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 dring gewesen Sehr schön Macht ihr echt gut, Jungs Yes Und Drin Scheiße Der war Pech Nein Oh Gott Nein Oh Gott, nein Der ist da überall wie eine Fliege, Mann Irgendwo im, nirgendwo in einem unbekannten Land Sehr schön Puh Komm Komm Skiddle Points Oh Jambalaya Jumbo Komm Pushen Yeah Woohoo Sehr schön Fantastisch Fantastisch Sehr, sehr nice Hä Bäm 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 So nicht Vergiss es Destroyed Destruction Destroyer Bäm Sehr gut Und Tschüss Komm Nach vorne Yes Das war's 3 2 Nice Sworn In einem unbekannten Land Schön Gucken wir mal wie es weiter geht Aufstieg zu Gold 3 Nice 3 2 1 Und meins Sehr schön Sehr schön Da brauche ich nichts mehr zu machen Oh Fuck Da konnte ich nicht ahnen Ich dachte der ging rein Hahaha Wie ist der denn reingegangen Ja schön Ich wollte meinen Typen jetzt gerade tatsächlich das Tor nicht klauen Weil ich das sonst immer mache War ich einmal nett schon, haben wir kein Tor gemacht Scheiße Machen wir so Kein Thema Bäm Oh oh Ich brauche noch Boost Ich brauche den Boost Ja Und Tschüss Ich habe den Boost voll verbraten Vergesst es Wird so nix Ich bin ja schon hier Was wird das? Verpisst euch Das ist unser Tor Meins Meins Wo ist mein Kügelchen? Ey Lass mir doch mal hier ein Kügelchen über Boah Bäm Bäm Wuhu Yes Mann 3 2 1 Mainz Yes 3 3 0 Alter Das ist das Geschenk fürs Durchhalten Freunde Das ist das Geschenk Ja man Awesome 3 2 1 Und Mainz Oh oh In einem unbekannten Land Da ist dein Thema sehr bekannt Scheiße Was wird das? Jungs Will hier gar keiner was machen? Hahaha So Sehr gut Nach vorne Nein Oh shit happens Ich wäre noch drangekommen Mann Scheiß Pech Mann Kacke Ja das ist doch mies In einem unbekannten Land In einem unbekannten Land Wuhu Shit Kottet euch an Dass ihr nicht jumpt Mann Jungs Muss mich selber euch wundern Ja Weg da mit der Pocke Komm 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 Puschen 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 Okay der hat wohl keinen Boost gehabt Sehr schön Fuck it Ah Nicht dein Ernst Oh man Yes Was Ja Komm Bullshit Scheiße Der war so gut getroffen Nein Geh weg Nicht dein Ernst Yes Ist der drin? Nein Ich spiel gleich erstmal In 20 Minuten Warte Fortnite zur Entspannung Oh Wäre so nerven Auf reihem Tier Schabababui Scheiße Bro Kacke Rein da mit der Pocke So Schön motivierend das Team So muss das sein Andere habe ich in der Luft zerrissen Aber hey Ist egal Sehr schön Hau rein In einem unbekannten Land Ficken Wer konnte denn da mit rechnen Mann Gott Uh oh Uh oh Uh 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 schaul. Scheiße. Nein, was tut ihr? Ihr könnt auch während des Boostens den Ball wegschleudern. Nur so als Tipp. Komm. Ah. Wie konnten wir so viele Gegentore kassieren? Unfassbar. Ah. So, sehr schön. Hä? Boah. Puh. Alter. Okay. Weiter geht's. Drei, zwei, eins und meins. Oh oh. Komm, 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 komm. Sehr schön. Ah. Du Pizzleke. Siehste? Fuck, Alter. two, drei, eins. Fuck. Geht's ja hin. Nixer. Was ist eine Scheiße? Oh je. Drei, zwei, eins und meins. Oh Gott, komm schon. Nicht dein Ernst. Ey. Nicht dein Ernst. Ich hätte lieber gerade beenden sollen. Da habe ich einmal gedacht, ich hätte einen Lauf. Die eine Runde schaffen wir auch noch. Nix ist. Das war der Fehler. Ich war zu optimistisch. Oh Mann. Echt jetzt. Oh. Aufgegeben wird hier nicht, Mann. Immer wieder dieselbe Kacke. Gott. Es sind nur noch echt Feiglinge in Rocket League unterwegs. Man gibt kein Match auf. Alter. Ehrlich. Ich habe auch damals in der ESL in FIFA nicht gesagt. Oh. Ich habe schon 5-0 kassiert. Ich gebe jetzt auf. Was für eine Scheiße. Ehrlich. Was ein unsportliches Kackdreckverhalten, Digga. Oh. Sehr schön Seht ihr? Hätten wir aufgegeben, hätten wir den Punkt nicht gemacht Echt Das werde ich nie verstehen Warum die alle immer aufgeben Oder aufgeben oder aufgeben Oder aufgeben wollen, ich verstehe es nicht Also das werde ich nie verstehen Nie Unfassbar Komm Und tschüss Okay, da bin ich zu spät gestartet Das hier war mein Fehler Ja Hä Ja Und nach vorne Pushen Sehr schön Wirklich gut gemacht Wirklich gut gemacht hier Fuck So, ist ja jetzt egal Ob wir 4-1 oder so verloren haben Aber meine Fresse Immer diese Aufgeberei Am Anfang des Spiels Nerven Das bringt einem auch Mega aus dem Flow Finde ich Ehrlich Schlimm Schlimm Absolut furchtbar Dann spielt es Scheiß Spiel nicht, wenn ihr nur Schiss habt Zu verlieren Vor allen Dingen spielt da kein Ranked Ey Ehrlich Dafür gibt es den normalen Modus Was soll das Was soll das Nice Gut Gut Dann Würde ich nochmal sagen Sehen wir uns in 5 Minuten In Fortnite wieder Let's go No Hahaha Hahaha